Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew weitere Unterstützung im Kampf gegen Russland zugesichert. Seit Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der Hamas waren Sorgen aufgekommen, dass sich die Unterstützung des Westens in den Nahen Osten verlagern könnte. Ich bin hier wieder hier, um erstens weitere Unterstützung zuzusagen, aber auch unsere Solidarität und unsere tiefe Verbundenheit und auch unsere Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird. Pistorius ehrte außerdem die Demonstranten, die während der pro-europäischen Maidan-Proteste in der Ukraine vor genau zehn Jahren getötet worden waren. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete die dreimonatigen Dauerproteste als ersten Sieg in der bis heute andauernden Auseinandersetzung mit Russland. Der ukrainischen Armee gelingt es derweil laut eigenen Angaben, trotz widriger Umstände, die eigene Position in der umkämpften Region Kherson südöstlich des Flusses Dnipro zu festigen. Der erste Kriegswinter war hart für die ukrainischen Truppen. Nun steht der zweite bevor. Die sinkenden Temperaturen werden die Bedingungen an der Front erneut verschlechtern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017